Hallo meine Lieben, wir befinden uns auf dem Weg in die höheren Bewusstseinsdimensionen. Der Aufstieg ist nicht mehr zu stoppen, alles verändert sich, alles entwickelt sich neu. Auch unser Bewusstsein entwickelt sich, dehnt sich aus und verbindet sich mit den lichtvollen Räumen, die schon auf uns warten. Unsere Seele erinnert sich an ihre lichtvolle Essenz und dehnt ihr Licht aus. Es ist mir eine große Ehre und ein großes Anliegen, dich in dieser großartigen Zeit zu begleiten. Ich habe zu diesem Thema einen Online-Kurs mit dem Titel Dein Weg in die höheren Bewusstseinsdimensionen aufgenommen. Die Pläjada vieler Lichtwesen und ich begleiten dich bei diesem großartigen und globalen Prozess. Bei diesem Kurs bekommst du viele heilende Frequenzen und natürlich viele Informationen, die dir bei deinem Weg helfen. Ich freue mich auf deine Anmeldung, den Anmelde-Link findest du unter diesem Video. Ich freue mich auf dich, deine Pavlina